Der Buchklasse! Der Buchklasse! Der Buchklasse! Der Buchklasse! Diese Nummer haben wir zur Unterstützung erhoben. Wir grüßen Sie mit uns die 1RM1-B im Klasse und die PIAM4-B im Klasse. Wir begrüßen Sie mit uns die 1RM1-B im Klasse und die PIAM4-B im Klasse. Gut, kommen Sie mit uns die 1RM1-B im Klasse. Musik 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 Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Eltern und liebe Schülern, das war unser Musiker Abends 2010. Ich möchte nun die Gelegenheit nutzen, mich bei allen Mitgekunden sehr, sehr herzlich zu bedanken. Allen voran natürlich unseren Schülerinnen und Schülern, die in den letzten Schulwochen noch einmal ganz fleißig und wunderbar wirklich geprobt haben. Vielen herzlichen Dank an euch! Für alle Lehrer, die diesen Abends mitbearbeitet haben, möchte ich nun gerne Frau Elin Grüm auf die Bühne bitten, die mit ihrer Klasse den ersten Teil des Abends gestaltet hat. Ein herzlichen Dank gibt auch den Ton- und Sichttechniker. Und dass sie darum bewegt ist. Ich danke an den Elternverein, an die Mitglieder des Elternvereins, die wieder für unser Leib und das Wohl gesorgt haben. Der Elternverein wurde wiederum unterstützt von der Pfade Hartberg, von der Firma Lachterbrot und der Sparkasse von der Eifersenbank Hartberg. Und zum Schluss möchte ich mich natürlich bei Ihnen, liebes Publikum, bedanken. Ich bedanke mich für die Zahlung des Kommen, für Ihr Interesse an der Arbeit der Schülerinnen und des Kums der Schüler, an Ihrem Interesse an der Musik. Ich bedanke mich noch einmal herzlich, dass Sie gekommen sind. Bitte bleiben Sie noch etwas, bleiben Sie hier, konsumieren Sie noch, essen Sie noch, trinken Sie, stehen Sie noch zusammen, applaudieren Sie noch. Ich wünsche Ihnen einen sehr guten, wunderschönen Ausgaben dieses Abends. Guten Abend. Ich wünsche Ihnen einen sehr guten, wunderschönen Ausgaben dieses Abends. Ich wünsche Ihnen einen sehr guten, wunderschönen Ausgaben dieses Abends.